Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Rezepte-Kartei und das Arbeiten in dieser etwas genauer an. Wir beginnen wieder mit dem Aufbau der Oberfläche. Dieser entspricht dem der anderen Karteien. Oben die Navigationsleiste zum Wechseln zwischen den Karteien, darunter die Laschen für weitere Informationen, rechts die Menüleiste mit den verschiedenen Funktionen und mittigt der eigentliche Inhalt der Verordnung. Dieser ist wiederum unterteilt in unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel Verordnung, Anmerkungen, Behandlungen und so weiter. Bezüglich der Laschen finden Sie zum Beispiel in der Lasche Weiteres, nochmals Angaben zum Patient oder zum Kostenträger und können diese speziell für dieses Rezept anpassen. Die Mitteilung an den Arzt finden Sie nun in einer hierfür eigenen Lasche. Hier können Sie wie bisher den Arztbericht erfassen und abschließend drucken, faxen oder per Mail versenden. Im Hinblick auf die Funktionalität gibt es drei wesentliche Änderungen. Nummer eins ist der Änderndialog, der sich allerdings in allen Karteien wiederholt. Möchten Sie als Information bearbeiten, klicken Sie entweder auf das entsprechende Feld oder wählen rechts im Menü Ändern. Hier steht Ihnen die Feldsuche zur Verfügung, mit welcher Sie bestimmte Einträge aufrufen und dann bearbeiten können. Nummer zwei ist die Neuanlage eines Rezeptes, entweder manuell oder über die maschinelle Rezepterfassung, wobei sich bei letzterem nichts verändert hat. Bei manueller Neuanlage führt Sie ein Assistent nun Schritt für Schritt durch alle relevanten Bereiche der Verordnung, bis dies abschließend angelegt wird. Zugegebenermaßen ist dieser Assistent kein komplett neues Feature. Er wurde allerdings bezüglich Aufbau und Optik angepasst. Nummer drei ist das Terminblatt. Hier als Hinweis gleich vorweg für alle Kunden, die mit dem Terminplan arbeiten. An ihrer bisherigen Arbeitsweise wird sich nichts verändern. Nachdem der letzte Termin im Terminplan wahrgenommen wurde, landen alle Termine weiterhin automatisch hier. Also nun zum Arbeiten mit dem Terminblatt. Zunächst sehen wir eine Liste mit allen bisher erfassten Terminen zu diesem Rezept. Diese Liste sollte Ihnen bereits bekannt sein. Hier können wir Termine einzeln hinzufügen, bearbeiten und so weiter. Wollen Sie gleich mehrere Termine erfassen, bietet sich hierfür der Kalender an. Hier kann mit nur einem Mausklick einen Termin eingetragen werden. Ebenso lässt sich dieser ganz einfach per Drag & Drop verschieben. Aktivieren wir die Details, sehen wir weitere Informationen zum markierten Termin, sowie auch mögliche Fristen oder Frequenzprobleme. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.